Arr, 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 es ist Halloway und ihr seid zu Gast in der Burg des Grafherrn Protula. Na, gruselt es euch schon? Zurecht, denn... Äh, also, denn noch niemals kehrte einer aus der Burg des Grafherrn zurecht gruselig. Was auch gruselig ist, ist, dass jemand meine Halloween-Playlist geändert hat. Aber ich bin ja hier eigentlich alleine in der Burg. Also, das finde ich jetzt gruselig. Äh, Happy Halloween! Mist! Willkommen auf Burg Protula. Es ist Halloween, die gruseligste Zeit im Jahr. Die Zeit der Spukgestalten, der bösen Schexen, der wilden Werwölfe, der schaurigen Gespenster. Na, gruselt es euch schon. Dann erstarrt nun... Fortsch! Was soll das denn sein? Ein Gespenst? Also, das ist die erbärmlichste Halloween-Deko von hier bis in die Kappa. Und Gespenster tragen, wenn schon, weiße Lagen. Ist das etwa meine Bettwäsche, in die ihr Löcher geschnitten habt? Das ist ja wohl die absolute... Gespenstische Halloween. Buh. Mist. Es ist Halloween. Die gruseligste Zeit im Jahr. Ich, Graf Protula, bin ein Vampir. Haha. Wenn euch das schon gruselt, dann wartet nur ab. Denn wir Vampire können das hier. Wir können uns in eine Federmaus verwandeln. Dann fliegen wir gruselig durch die Nacht. Schau! Natürlich nur, wenn das Dachfenster offen ist. Happy Halloween. Und auch... Mist! Hallo, es ist Halloween. Ich, der gruselige Graf Protola, werde euch jetzt den besten Halloween-Spruch verraten, der eure Tüten bis zum Bärsten füllen wird. Hört gut zu. Ihr klingelt, seht gruselig aus und sagt dann, Süßes oder Saures. Zitronen. Okay, also sagt am besten, Liebe, nur Süßes, bitteschön. Happy Halloween. Mist.